Er war schuld. Geld, 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 Geld regiert die Welt. Ja, wir müssen Tränke kaufen, das stimmt. Der Kirchenladen ist das hier. Oh, der Kirchenladen. Ach, der Mönch. Mönch! Hallo Mönch. Willst du jetzt... Nein. So. Nein. Äh, ja, ja. Kauf mal hier ordentlich. Äh, genau. Prost! Wow. Ich hab euch schon woanders eingekauft. Aber das ist ein Sack gelegt. Oh, ich brauch Geld. Ich brauch Geld, Mann. Hier gibt's einen Affen. Erhöht dein Glück, Sachen zu finden. Ey, ich glaub den nehm ich. Ah, ich hab nicht genug Gold. Ich hab so sagen können. Das ist ja doof. Gesegnet sei ich ein Kunde. Ach so. Gesegnet sei ich, Komma, ein Kunde. Ah. Ja. Was lernen wir daraus? Ihr lernt mit der Bibel keine Rechtschreibung. Nein, nein, nein. Natürlich nicht. So. Auf der Zeitung geht er wieder. An den können wir uns noch erinnern. Waren wir nicht hier schon mal? Ja. Aha. Ist halt Sport gemordet hat. Ach so. Ja. Das ist aber nicht sehr nett. Zwei Schritt, ja. Na ja. Hier läuft da sowieso alles schief. Ist ja auch egal. Ha ha ha. So du liegt auf zwei. Jetzt, jetzt ist auch egal. Du hast keine Ideen hier, passt mal auf. Piuuu. Ha ha ha. Was ist das denn? Das ist äh, die lange Schlange aus dem Uden. Ich kann jetzt auch so Dinger verschießen. So einzelne. Zack. So Geschosse. Voll gut. Wir reden nochmal über die Rollenverteilung. Ja, ich bin hier ein Nahkampftank-Magier. Du hast eigentlich nur ein Nahkampftank sein. Mit Zusatzleistung. Du sollst ein Nahkampftank ohne Magier sein. Bombs. Voll gut. Weiter geht's. Oh, guck mal. Mhm. Und so'n Ritter. Ich glaub, die waren beste Kunduz. Oder verheiratet. Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich weiß es nicht. Die Polygamie in der... Ich weiß es gar nicht. Die Polygamie in der... später Zeit, gabs das? Ich weiß es nicht. Level 10! Du bist schon auf Level 80. Ich bin Level 1, Level 11. Achso, er ist ja... Ja. Fast 12. Ja, ich muss Level 8. Wenig sterben. Ich muss Level abkommen. Ja, ja, das ist... Ja, ja... Ja... Hier geht einfach mal eins, zwei, drei, vier... Fünf glaub ich war das jetzt. Schon hab ich gar nicht mitgezählt. Eins, zwei, drei, vier... Mhm. Zählen kann er auch noch. Aha. Ja, ich hab... Ja komm, wer Liebe hat, der braucht nicht zählen. Das stimmt. Mathe wird überbewertet. Jetzt sag ich in Mathe auch immer. Ich habe Liebe, ich brauche diese Scheiße nicht recht. Hier bin ich zwei Schritte zu weit nach rechts gegangen. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das muss man den ganzen Scheiß nochmal machen. Sport ist Mord, ich sag's nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Deswegen sind die Kitaspiele eigentlich brutal, sondern Sportspiele sind brutal. Ja, das, das stimmt. Das hab ich auch schon mal so, so... Oh, super, Hightrack. Ich wollte den Level auch nicht mehr. Kann man nur immer fünf mitnehmen, das könnte aber knapp werden, oft doch. Da musst du halt besser tanken, Mann. Die rennen ja immer zu dir, weil die dich so scheiße finden. Ich lächel doch! Ja, wahrscheinlich... Ich bin total freundlich und alles. Ja, wahrscheinlich mögen die da nicht. Weißt du mal... Bing! So, jetzt aber, äh... Ich hab's voll drauf, ne? Guck mal, da waren sie beim Angeln. Boah, da waren sie beim Angeln. Boah, da waren sie beim Angeln. Da waren sie beim Angeln. Boah, die Fledermaus hat den gebissen. Was ist denn, ey? Bing! Plüschtierangriff! Gott, wo bin ich hier gelandet? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Äh, also... Also nicht auf dem Friedhof der Kuscheltiere, das ist schon mal klar. Mörserkampf! Fress Blei! Fress Pinguine! Naja. Ich weiß doch nicht, was ich davon halten soll. Bomben ist Ordnung auseinandergenommen. Ja, ich bin total neidisch. Natürlich. Äh. Ich auch... Welch auch bin ich denn nicht schon esse? Komm doch nicht mit klar. Ich... So! Weiter geht's. Weiter geht's. Weiße Hand sagt... Na rechts. Ach du... Oh! Wer sind die denn? Batman! Na 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 na... Boah, ein epischer Kampf! Boah! Au! Jaaaaah! Sterbt, ihr Räudigen! Die rennen immer zu dir. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Wie ich nicht einmal getroffen hab mit... ... mit keinem meiner Kuscheltiere hier. Ja, zack! 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 Du hätt ja so Moped-Dinger da so auspüffe. Aus... Auspüffe! 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 Die... Yeah! Ein Laserschwert! Du kannst... Und du kannst es irgendwie noch nicht benutzen, sonst hättest du dir sofort in die Hand gedrückt. Ha-ha! Mh... Aber irgendwann... Ja, die Mehrzahl von Chris ist natürlich auch crazy-y. Natürlich. Natürlich. Cool, die kämpft immer noch. Die freut sich, als wir da sind. Oh! Oh! Jetzt... Der... Der allerdings nicht so, fürchte ich. Der ist doch ein bisschen böse. Ich möchte vermerken, dass ich wieder nicht mit einem eisigen Kuscheltiere getroffen habe. Au! Ja, hau! Geh weg! Jetzt haut der mich hier. Ich will aber nicht gehauen. Aua! Der wirft ja Messer. Mach 33, äh... Flüchtlingsschaden. Sehr gut. Ich lenke ihn ab. Und du haust drauf. Ich mach zwei Regen. Jetzt lenkst du ihn ab. Und ich hau drauf. Au! Aha! Ja, so ist gut. So ist gut. So ist genial. Ich find's nicht so gut. Weil der trifft mich die ganze Zeit. Au! Jetzt hat er mich auch mal getroffen. Au! Bams! Aua! Aua! Ja, da kannst du auch fliegen. Das interessiert ihn gar nicht. Aua! 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 Oh! 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 Das könnte schmerzhaft sein. Weißt du was mir grad einfällt? Nein! Eine Prinzessin! Ach ja! Ja! Haha! Zeit für ein D-D-D-D-D-D-Duell! Nee! Erstmal hier die Truhe. Ich nehme die Truhe, du Christi Prinzessin! Yeah! Jetzt geht's los! Ich glaub, diesmal sieht das ein bisschen schlecht für mich aus, weil diesmal bin ich derjenige ohne Leben. Ja! Ordentlich die Kohle abgreifen. Ist weg hier! Ist hier weg! Ah! Nix! Und jetzt? Ich befreie dich Prinzessin! Yeah! Es geht aber los! Ja! Klar! Ja! Das war der Rambock! Ey! Das ist unfair! Kann ja wohl nicht wahr sein! Ah! Na! Stirb! Hallo! Was ist denn da los? Oh! Da hast du gewonnen! Ah! Meine K... Kann ja wohl nicht wahr sein! Ich hab mir so einen Haltrag reingestellt! Du Christi mal die... Ah! Das ist so unfair! Ja! Ja! Aber ich hab zehn Gegner getötet! Ich war wenig produktiver als du! Ich hab... Ich hab drei mehr Geld! Ach! Weil du hast... Ich hab... vier gesammelt, das ich! Oder? Ne, warte! Doch! Hundert mehr! Genau! Hundert mehr! Das muss man auch mal... Du hast ja noch Level 10! Aber du kriegst immer die ganzen Prinzesschen! Das finde ich nicht in Ordnung! Was heißt das denn, neue Bereich freigeschaltet? Bereich freigeschaltet, ne? Da! Ähm... Wo... Ja... Was machen wir denn mal? Na... Nein! Aus! Ja! Aus! Ja! Mach den mal! So! Ich mach erst mal... Komm noch ein... Das ist ja bald... Bald voll war... Wollen wir nochmal Tränke kaufen gehen, bevor wir gleich wieder out auf Tränke laufen? Sozusagen! Out auf Tränke! Was sagst du denn? Diese Preise versägen wir die Hose? Ja, ich glaub das auch! Die Bestangebote in der Lava-Wild! Also nein, wir sind nicht in Mordor an der Spree! So! Oh, der erhöht meine Verteidigung hier! Aber da hab ich immer noch nicht genug... Ach, Dante ist sein bester Kunde! Ja! Sieh dir mal diese Schneekugel an! Hier kann man Brote kaufen! Ich kauf mal Brote für zwischendurch! Was ist... Erstmal... So, dann kann ich zwischendurch mal ein Brot reinpfeifen! Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht! Wie wie eine Wurst! Ja, er ist ein Wurstbruch! Komm, wir gehen mal, warum du nicht das Laserschwert anlegen konntest! Ja! Das könnten wir mal gucken! Der hat sich jetzt so auf seinem Laserschwert gefordert und kann das nicht anlegen! So! Und schon lang hier der Weg war! Für ein neues Tier! Mag was nehmen! Ja, genau! Wir könnten mal gucken! Wir haben gar nicht auf Haustier geachtet! Oh, ein Elefant! Der erhöht die Verteidigung! Den kannst du mal mitnehmen! Was gibt es denn hier noch? So! Hier gibt es sonst gar nichts mehr! Die hast du alle noch nicht! Ja! Ich glaube, da kommt mal was hin! Eine Sauerei! Die musst du doch alle schon gesammelt haben! Das kann ja nicht angehen! Fauler Hund! Wie gesagt, die kennen halt nur ein bisschen! Half-Blind! Half-Blind! Naja! So! Wo ist mein Laserschwert hier? Laserschwert! Laserschwert! Ich will mein Laserschwert! Mal entspannen die doch! So was ist das hier! Hier ist keins! Hier ist keins! Urlaub! Urlaub! Da! Du für 10! Kann ich doch schon nehmen! Eine Agilität und ein... Oh hier! Oh hier der Stock! Ach der Stock! Geh weg mit deinem Stock! Ich hab ein Laserschwert! Verdammte Scheiße! Der Stock hat mal amtlich mal 4 Magie, ja? So, so? Mhm! Ich hab ein Laserschwert! Ein Laserschwert! Ein Laserschwert! Ich hab ein Laserschwert! Und du? Nicht! Hör mich an! Ich bekomm einen Zaubertrank! Ich bekomm einen Zaubertrank! Ach am Arsch! Lalalere! Lalalere! Ach am Arsch! Ich bin viel cooler und so! Weißt du doch! Nur weil du das Laserschwert hast! Jaaa! Ich bin der Inbegriff der Coolness! Weiß man doch! So! Wo sind wir denn hier? Schon wieder in Mordor! Lava-Welt schon mal gehört! Ja Lava-Welt! Also nicht in Mordor an der Spree! Das ist doch alles dasselbe! So! Bzzzz! 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 Ich mach mal die Sounds jetzt die ganze Zeit! Viel Spass! Naeiiiiin! Digg! Wie mein Regenbogen einfach mal 25 Schaden pro Tag macht! Tschschschschschschsch... Zack! Boah, guck wie agil ich jetzt bin hier, zackt. Mein Plüschstier macht einfach mal 50. Bing. Ich hab das viel geköpft. Hui! Was war das? Ganz knapp aus. Verlang, ich hab gedacht, du läufst wieder dagegen. Nein, ich bin nicht doof. Haha, sowas passiert mir doch nicht. So blind. Ich muss aber aufpassen, dass man nicht auf die Dinger läuft. So. Wir nehmen hier von... Oh, oh, ich steh genau auf dem Teil drauf. Puh. Das war knapp, das war knapp, aber... Ich hab ja auch ein Angelität mehr. Da kann man ja schon mal schnell ausweichen. Jaaaa! Nein! Oh doch, oh doch! So lange wollte ich halt auch nicht ziehen. Und liebe! Tja. Was sagt man dazu, ne? Eine Menge Phantasy. Ich snack mir mal ein Brot rein. Aha. Geht's noch? Okay. Ich bin gerade mutiert, weil ich ein Brot gegessen hab. Ich dachte, das heilt mich, aber scheinbar macht mich das zu Hulk. Okay! Alle Kinder, schön brav eure Stuhle essen! Immer schön die Brote essen, meine Freunde! Spinat war gestern! Spinat war gestern! Weißt du, was auch gestern war? Äh... Diese Folge, denn die ist schon wieder vorbei! Ähm... Haha! Wie schnell geht das? Ja, morgen geht's weiter! Haut da rein! Bis morgen! Bis morgen!